Hallo, ich bin Andrea Tappe, die Frau von Markus Tappe. Im Moment sieht man ihn ja als CDU-Kandidat auf Wahlplakaten und neuerdings ist er sogar in sozialen Medien unterwegs. Mein Vatenkind Markus wusste früher schon immer, was er wollte. Ja, weil du ihn immer gelassen hast. Als wir uns vor fast 30 Jahren kennengelernt haben, hat er mich kurz seit spät das erste Mal zur Schützenkönigin gemacht. Und habe mir direkt klar, das ist ein Rodderjung. Tappe Markus der Meckwart für Dorb in Rode. Und für meine Zukunft tut er auch was. Für viele Projekte braucht man langen Atem. Markus hat Ausdauer. Die braucht er nämlich, wenn er mal wieder stundenlang die Berge hochwandert. Und wir fahren dann mit der Gondel hinterher. Ja, war ein schöner Punkt. Ein schöner Tag. Hat sich Spaß gemacht. Schön, ja. Ja, tun wir uns. Wenn man sich absolut auf einen verlassen kann, dann ist das Markus. Boah, schön. Markus und Lokalpolitik, ja, das passt. Das ist genau sein Ding. Dafür ist er der Richtige. Markus, der weiß, wann es Zeit wird. Markus ist ein Macher. Wenn er mal eine Idee hat, setzt er alles dran, die umzusetzen. Und jetzt bin ich da. Ich hole unsere Tochter Annika vom Sport ab. Papa, Papa ist eh der Beste. Papa, Papa ist eh der Beste.